Ah, aber das macht nichts, wir machen direkt weiter in Folge 6. Ah ja, es geht um den Strom. Also ich möchte eigentlich ganz gerne erstmal... Ich habe eigentlich nicht viel abgebaut, ist das eigentlich ein bisschen schrotten oder was? Ich möchte eigentlich ganz gerne erstmal mit einem geflüttenden Handling, natürlich auch Geld sammeln und schauen, ob das wirklich funktioniert. Da sehe ich das blinken, ich schicke mein Wachbund hin und den 2. Ginn direkt mal hinterher. So, dann gucken wir schon mal, was reitet in der Solidarität. Ich schicke jetzt keine weiteren Aufbruch. Ne, ich bin jetzt plötzlich, ich probiere es mal. Ob das noch geht. Also hier bin ich eh drauf, ne? Können wir noch eine Bank entsetzen, das wäre nicht schick. Ah, fuck, die prüfen sich glaube ich auf Essen. Ei, 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 ei. Das ist hier aber hart. Eine harte Krippelei hier am Start. Alter, die zerlegen hier total, ey, was ist da los? Die Bäume sind oder irgendwas. Boah, ey, das war aber ein harter Kampf. So, dann kann ich auch die hier hinschicken. Mach's mal so, ey. Ziemlich, ziemlich hart, ey. Ah, ich muss jetzt viel Geld reparieren. Also da sind meine vier Cops aber nicht bezahlt gemacht. Ich glaube, ich hätte auch nur eine Menge gewählt. Ne, ich bin einfach hier knallhart, knallhart, äh, ziemlich gut grüttelt. Okay, ich brauche eben noch so, weil hier kann ich nicht mal eine gute Maßnahme. Die Züge kann ich nicht nur mal ziehen. Mach's ja nicht, überhaupt keinen Sinn mehr. Ui, warum bin ich da noch ein Zeugpunkt? Ja, ist ja wieder fit. Ich sag, muss ja abholt werden. Wenn ich dann Geld will ich, dann krieg ich die auch noch ein Shit machen, ja. So geht's aber nicht. Ich glaube, ich bin so ein Charizier. Ich möchte mir jetzt einfach mal den Wögel mit mir auf die Kiege und lasse mir hier den Shit machen. Ich lege das mal. 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 Hierten wurde ich schon mal abbauen. Das Wendeln, der Land 리사 next. Er ist wieder irgendwo malauf. also ich hab mit 22 verdicht ja weil ich den ersten schad gehabt na faktisch geht auch mit dem schaden jetzt habe ich den die 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 Das ist nur das Gefeede, das ist doch ganz gut. Natürlich viel besser wie mit einem Null-Gefeede. Ok, ich mach jetzt mal den Lang-Up weg. Was ist denn da los ey? Warum sind die alle so im Daueraufstand? Ich muss mal ausbrechen. Nein, Schott, Schott, Schott! Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Komm schon mal hier her. Ich muss mal da, ich muss mal da, ich muss mal da, ich muss mal da, ich muss mal da direkt mal irgendwo hin-Rallys. Okay, ich muss mal da rein it isen, ich muss mal das reingekommen, ich muss mal das reingekommen, ich muss mal da rein. Oh nein, der ist schlussend. Die Werbung, wenn du dem blöden Polizeimann hilfst. Ey Leute, ich bin echt in den Schock. Nein, du Scheiße. Ich habe doch eigentlich so ein schönes Gefängnis gehabt. Aber dann machen einen diese blöden. Und fange alles kaputt. Und dann geht ihr halt gar nichts mehr voran, das stimmt ja auch nicht. Alter, der kommt jetzt in die Hand. Was ist der gemacht? Ja, okay. Ganz schlimm. Ja, okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020